Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Beyond SteelSky. Ja, wir sehen nun, was der SteelSky ist hier. Und das da ist unser Ziel, aber nicht unser alleiniges Ziel, sondern der LKW ist beladen, die Kinder müssen raus und wir sollten denen irgendwie Freiheit verschaffen. Und ich habe den Eindruck, dass uns hier noch irgendwas erwartet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt einfach Heck-Heck-Heck gehen und das war's dann. Kein Film wurde so gedreht, kein Hollywood-Blockbuster würde so enden. So von den IT-Tie und alles fertig. Die Kontrollrunde. Die Hauptgäte mussten von hier kontrolliert werden. Aber dieser Erdbewegung war nur von der anderen Seite. Dann sah ich Alonso. Er hatte eine Schraube. Und er hat ihn an den Songbird. Ich musste einen Weg finden, um sie zu helfen. Ach, das war so klar. Sagte ich's nicht eben noch? Kein Heudemutstreifen würde so enden. So, Windmesser, Sturmfensterlehnen. Ach, da. Okay. Windmesser. Ist da oben irgendwo? Okay, was können wir denn damit machen? So, Fensteralarm senden. Fensterlehnen schließen. Können wir die ändern? Nein, manueller Betrieb. Fensteralarm senden. Ist die Stadt abgeriegelt? Ja, ist sie. Äh. Fensteralarm senden. Sandsturm erkannt? Das ist doch völlig egal. Ist die Stadt abgeriegelt? Es gibt keinen Sandsturm. Also, ist die Stadt abgeriegelt? Ja. Manueller Betrieb. Manueller Betrieb. So, Fensteralarm senden. Grün. Reicht das schon? Ja, mal gucken. Aber dann kriegen wir die Tür ja nicht auf. Nee, warte mal. Warte, 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 warte. Was machen wir denn hier mit? Ist der Alarm rot? Also, Stadt abgeriegelt. Windmesser. Damit kriegt das schon mal grün. Die Frage ist nur, reicht das für die Tür? Das kann ich mir nicht vorstellen. Was ist denn dieses Sturmfenster? Ist das das da? Ich glaube nicht, dass das dies hier sein wird, ne? Alonzo hat mich noch nicht gesehen. Das war wahrscheinlich ein gutes Ding. Okay, also so nicht. Na gut. Dann lass mal gucken, ob wir irgendwo einen Weg finden, hier von oben reinzukommen. Ein Sturmfenster soll es geben. Ja? Nein. Wo ist denn dieses Sturmfenster? Okay. Wo können wir hier lang? Hier ist es wohl nicht. Ist da noch mehr? Windmesser. Nee. Mehr gibt es hier nicht noch? Nee. Müssen wir da was anderes machen? Können wir sie hier irgendwie anders ablegen? Das können wir nicht einander. Wir können die beiden... Ist die Stadt abgeriegelt? Nee, das haben wir ja gerade geändert. Rot-Grün. Das lässt sich nicht austauschen. Das auch nicht. Nö. Wir können nur mit dem hier etwas anfangen. Und Rot können wir nicht ändern. Hm. Okay, bänden. Gibt es dann hier noch irgendwas anderes, was wir verwenden können? Waffensteuerung. Uh. Waffensteuerung. Nee, warte mal. Nein. Nein, 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 nein. Ich möchte gerne alle drei haben. Eins. Zwei. Drei. So. Okay, was haben wir denn jetzt? Reaktionsniveau einstellen. Geschütz abfeuern. Uh. Hier können wir unverändert nichts mitmachen. Fenster, Alarmen setten. Das können wir aber machen. Ist die Stadt abgeregelt? Ja. Müsste funktionieren, oder? Ja. Ah. Cool. Get back here now! Songbird? I'm sorry. Alonso worked out what you were up to. There was nothing I could do! Uh-oh. When something in the city goes wrong, who do I always find just around the corner? You. Whoever you are. Allow me to ask you a question. What do you see, when you look at Union City? Ähm. Ehrlich? Entgegenkommend gleichgültig? Ähm. Ehrlich. I see a tyranny. A city that steals children from their villages to experiment on them. The absolute control of every aspect of people's thoughts. In pursuit of a happiness defined by the council. Lovely. Lovely. How eloquent. Let me tell you what I see. I see. Perfection. Perfection? Come on. This city works. This city provides. Everyone is fed. Everyone is busy. Everyone is entertained. And everyone has a reason to be happy. But at what cost? All the city asks in return is that we follow a few simple rules. Follow the rules and you are rewarded. Break the rules and you are corrected. You, sir, are a rule-breaker. But children have been stolen from the gap. And I'm going to open the city gates and get them out. Get them home. That would defy the rules. And that is why, on behalf of this city, for which I care deeply. That is why, on behalf of this city, for which I care deeply. Yeah! That's not Graham, Grande! Oh, mein Gott. Songbird, bist du okay? Ich bin besser als okay. Das fühlt sich gut. Foster, etwas, was ich dir sagen muss. Geh'n weiter. Ich denke, ich habe ein Dreckiges Fehler gemacht über Graham. Ich dachte, er sei ein Verziger, ein Fuss. Aber er war ein von den guten Leuten, nicht wahr? Er war. Ein Wunderschön. Aber hör'n, Songbird. Jetzt, ich muss wirklich die Garten öffnen. Danke. Diese Stadt braucht mehr Leute wie dich. Und Graham. Auf Wiedersehen. Das war gut, Songbird. Das war sehr gut. Guck mal. Und ich hielt sie für so ein Dummerchen. Aber nein. Am Ende hat sie doch das Richtige getan. Das ist gut. So, was haben wir denn hier? Wir haben eine kleine Küche. Toaster. Hebel drücken. Können wir da was machen? Ja, nix aufregendes, ne? Es sei denn, wir können da drin irgendwo, das ist ja eh zu. Ja, die Frage ist nur was. Da ist nix weiter. Nö. So, hier ist der Kontrollraum. Da müsste es doch irgendwo... Naja, Tast geben. Ach du, die wird zahlen. Bildschirm. Äh, ja. Okay. Bildschirm, 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 Bildschirm. Nehmen wir mal den hier. Ach so. Wir müssen hacken. Landzugtüren. Was ist da? Keine Kommunikation. Das ist okay. Was haben wir hier? Ne, es geht auch nur mit dem einen Bildschirm. Okay. Wie praktisch, dass das der ohne Stuhl ist. Na gut. Also, was können wir machen? Tür öffnen. Ja. Okay. Das ist schön. Hilft uns aber im Moment noch nicht weiter. Da muss es noch mehr geben. Signalsystem. Was ist denn das für ein Signalsystem? Landzugtür. Tür öffnen. Haupttor. Können wir das tauschen? Das geht schon mal. Okay. Aber reicht das schon? Okay. Da ist ein Knopf. Ne. Wahrscheinlich müssen wir das andere da wieder in Ordnung bringen. Kann das sein? Bildschirm. Ne, das hat wohl noch nicht gereicht. Was könnte es noch geben? Signalsystem. Landzugtüren. Ist hier noch etwas? Okay. Hier ist nichts mehr? Nee. Okay. Pass auf. Folgendes. Wir bringen erst mal das da wieder in Ordnung. Windmesser. Damit dieser Alarm aufhört. Waffensteuerung. So. Fenster lehnen. Nee. Oh Gott. Wie war das noch? Ach so. Rot und Grün. Einfach tauschen. So. Okay. Anwenden. Damit müssen wir jetzt die Fenster wieder hochfahren. Die Fenster sind wieder hochgefahren. Gut. Damit ist dieser Alarm oder was auch immer das ist wahrscheinlich vorbei. Aber hat das hier auch funktioniert? Offenkundig nicht. Satellitenschüssel. Elf Meter. Lass mal gucken. So. Jetzt haben wir sie alle drei drin. Hm. Ist die Stadt abgeriegelt? Ja. Ist sie. Hier können wir gar nichts mitmachen. Haupttür. Tür öffnen. Da könnten wir irgendwas austauschen. Aber nicht hier. So. Wollen wir mal weiter. Satellitenschüssel. Okay. Da ist nur die Satellitenschüssel im Fokus. Das bringt uns nichts. Was müssen wir mit dem Toaster machen? Mit dem Toaster können wir gar nichts machen. Mit dem Toaster. Zwei. Hey. Was die Hebel gedrückt. Ist die Stadt abgeriegelt? Erhitzen. Super. Ja. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Aber vielleicht können wir da ja noch mehr machen. So. Satellitenschüssel. Eins. Signalsystem. Und die Tür. Was können wir machen? Wir können damit gar nichts machen. Okay. Tja. Keine Ahnung. Tür öffnen. Ist die Stadt abgeriegelt? Das hier müssen wir irgendwie wegkriegen. Nein. Tür öffnen. Doch. Warte. Das geht doch. Ist das richtig? Ich weiß es nicht. Bildschirm. Untersuchungen. The doors for the land trains were receiving orders just fine. Hm. Ist das. Na ja, ich mach das jetzt. Alright. The doors for the land trains were receiving orders just fine. Okay. The screen showed that the main gates were in lockdown. Hm. Hm. Ja, und jetzt? Es gibt nicht mehr, was wir tauschen können. Bestellung und ermitteln. Wir können hier nicht mehr tauschen. Was haben wir denn hier noch? Zieh ich irgendwo durch? Nein. Toaster. Oh, hier, warte mal. Sturmfenster lehnen. Manueller Betrieb. So, ne? Manueller Betrieb. Das können wir nicht ändern. Ja. So. Wir kommen jetzt, kommen aber nicht. Satellitenschüssel, die können wir, da kommen wir ran, aber wir kommen nicht anders da draußen ran. Oder? Ne. Jetzt verliert er den Kontakt. Ne. Den Kontakt nach draußen, hier, kriegt er erst sobald Sturmfenster lehnen. Erst wenn wir hier draußen sind. Mist. Hm. Ne. Und weg. Wir machen das jetzt. Wie machen wir das jetzt? ist. Wir müssen irgendwie die drei da drauf kriegen. Aber wie? Satellitenschlüsseln? Es müsste auch möglich sein, hier drin auch die Signale von draußen zu empfangen. Was ist das hier? Signalsystem? Nee. Wie funktioniert das? Oh, warte, doch, 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 doch. Das ist richtig. Oh, ich fass mich hier gerade mit der Tastatur. Natürlich. Nee, jetzt wohl nicht. Signalsystem. So, jetzt alle drei. Hauptstur. Türe öffnen. Und der Signalsystem? Und das machen wir jetzt hier draußen. Kann das sein? Alter. So. Okay. Das haben wir jetzt eingesetzt. Jetzt müsste am Toaster doch... Toaster an Landzugflotte übermitteln. Jawohl. Das ist jetzt da drin. Was ist denn, wenn wir den Toaster jetzt... Nein. Nein. Ah, nein. Weg. Aus, Ben. So. Weg mit dem Ding. Wenn wir den Toaster jetzt, äh, besuchen, benutzen. Manueller Rückruf erfolgreich. Manueller Rückruf erfolgreich. Ah. Okay. Das hat funktioniert. Das ist super. Was ist das jetzt? All green? All green? Nee, noch nicht ganz. So. So. Fliedenschlüssel. Landzugtüren. So. Ist die Stadt abgeregelt. Haupttor. Landzug erkannt. Jawohl. Tür öffnen. Okay. Die beiden funktionieren. Er funktioniert hier noch nicht. The screen shows that the main gates were in lockdown. Okay. Dann müssen wir da draußen noch irgendwas... Da draußen haben wir doch alles in Ordnung gemacht, oder? So. Manueller Betrieb. Geschützabfahrern. Rot. Tja. Das sind ja nur die, die Dinger, ne? Die, äh... Ist das okay? Okay. Jetzt ist wahrscheinlich, ähm... Ist ja wahrscheinlich das Rückrufsignal wieder... ...wieder im Atem. halt. Steاء. Níssar Barton. Wendel, bereit zu gehen! Hold on to your hats, kids. This might get bumpy. Yes! Go, Wendel, go! No! Wendel, stop! Joey, the guns! Ah, hell. Look after Foster for me, will you? Joey, what are you doing? Joey, no! Go, Wendel, go! Go, Wendel, go! They made it. Thanks to Joey, they got away. So you didn't take a ride with Wendel? This is my city. I wasn't going to abandon it. I'm glad you stayed. I am so sorry, Robert. I know how much Joey meant to you. Joey was my best friend. But now, he's gone. He did his bit, Foster. Now we need to do ours. What will you do? If we don't bring down the council, this won't stop. We need to confront them head on. That infinite kudos that you hacked should take us straight to the Citadel. Good luck, my darlings. I know that you can do it. You must. Thanks, Danielle. Let's go. Have you ever been up here before? The Citadel's off limits, unless you're council. A lot of unhappy people down there. How do you think the council will deal with them? I think they'll come down hard. I agree. Which is why we have to do this, and fast. You got a plan? Nope. You? Nope. The place will be crawling with security. Look. That's the sea. I've never seen it before. Okay. Then, well, in the absence of any other plan, I'll go left. You go right. Sounds good. Ready? Ready. Okay, wir können doch noch weitermachen. Das ist ja aufregend. Ich dachte, wir seien jetzt hier schon am Limit, sozusagen. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich auch. Nehmen Sie mich, ich habe deine Rückseite. Okay, gut. Ja, dann gehen wir doch mal hin. Und was ist das hier eigentlich? Okay. Mehr Möglichkeiten haben wir ja nicht, ne? Und jetzt? Zum Thema Bad Feeling, yeah. Es scheint tatsächlich niemand da zu sein. Oh, oh. Das ist doch eine Falle. Okay. Wir sind da eingeschlossen. Und jetzt? Hey! Let's just do this. Let's just do this, yeah. Die Frage ist, was tun wir denn hier? Da ist was. Da sehe ich nix. Das ist der Rad, der tagt hier. Okay. Plattform. Das Ort war wie ein Amphitheater. So removed from the people below. It looked like a sacrificial altar. I hope things didn't turn out that way. Können wir hochgehen? Nein. Das ist nur eine Pflanze. Okay. Was sollten wir hier wohl noch tun? Stamtsauberheiser. Oh. Oh, hey. Ah, Foster. Als Wellbeing Minister, es ist ein Honour zu willkommen hierher. Wouldn't you agree, Aspiration? Indeed. Und was ein Freude. Es ist ein Freude. Es ist ein Freude zu treffen, zu einem von Ihren lieben Offizier, Arana Newblood. Well, come along now, it's perfectly safe More than happy to answer any questions you have, please Welcome, welcome I trust you have been well looked after since you arrived here I'm not here to talk I'm here to set things right To end your corrupt regime Corrupt? Whatever can you mean? Here, Joey, Union City, Kinder Alles relevante Punkte I know Joey is still here What have you done with him? Joey handed power to us long ago He decided that only a human council could deliver true happiness to the city You haven't delivered happiness Whatever do you mean? The citizens have everything they could ever want Every facility, every utility functions perfectly There are no wars, no crime There is only safety Citizens are calm, relaxed, content And all share the same beautiful aspiration To have more of everything Bravo, by the way Happiness has just jumped to an historic high The directive has almost been achieved Happiness? What are you talking about? Happiness is the directive Directive? What do you mean? We must deliver the di-directive Yes, they'll deliver The...the... Wait, what's going on? Directive You're Joey You're all Joey But of course, Foster We are Joey And Joey is us Joey What are you doing here? Hello, Foster I wondered how long it would be before you made it up here I was so pleased when I learned that you had come back to see me After so many years What do you think of my city? It's come a long way since you plugged me into the chair The chair? Yes I've just come from the Overman chair Where you left me Ten years ago But Joey What have you done? Done? I've been running Union City Just like you wanted me to No Joey, I mean This directive How did it end in this? I gave the citizens everything they asked for Everything that makes humans happy But they weren't happy Some were happy most of the time But I couldn't get them all to be happy all of the time I thought maybe they would be happier if humans ran everything So I created my ministers But Joey You've been kidnapping children You're not the friend I left all those years ago in the Overman chair You've changed Only humans change, Foster You say that I was your friend But you never came back once My home is in the gap So was mine once We were best friends Then you abandoned me You changed But I can change you back You leave me with no logical alternative I will make you my friend again Joey, no This is wrong Foster This is not looking good Don't worry, Foster Reflections is the answer You just need to finish the treatment Everything will be good Everyone will be happy Get down! Geht nicht So Also nochmal Da 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 Andere gehen So Erstmal die weg Lokalisieren Anwenden So Dann haben wir die zumindest schon mal weg Arana I think this building might be right on top of where the Overman chair used to be Do it Are you gonna be Just go Okay I barely escaped from Joey with my life Hard to believe he'd once been my best friend I knew that Arana's life was still on the line And right now I was her only hope It was time to put an end to what I'd created And fast Okay Was müssen wir tun? Alter Ich dachte wir sind schon am Ende Ich dachte wir haben es schon geschafft Und jetzt das Wo ist er? I couldn't let Joey catch up I was running out of time Okay Gut Ja Dann Also Wo geht's hin? Es geht nur hier lang Da ist er Okay Haben wir Zeit Um zu sehen Ich denke schon Porträt des Vaters Oh It was a portrait of my father Richard Overman Days before he plugged himself into Link Ach du liebe Zeit Okay Monitore Anyone sitting in the Overman chair Was going to be entertained Tür I knew that beyond that door lay the old labs It was pointless going in there Okay Hier haben wir auch nichts weiter Ich denke es bleibt nur eins übrig Nicht wahr The headset looked innocuous Ich witte dass er das nicht ist I never thought I'd see that chair again For the first time in a long time I felt fear Wir müssen es tun Es gibt hier keine andere Wahl Und wir müssen uns beeilen Foster You really think that you can beat me in my own mind? Joey This is the only way I can stop this madness Madness? Foster Only humans are capable of madness In here You'll only find logic And the directive 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 Ist das Alonso? Und unsere Reflexion Spa-Technologie Transposes bad memories For good So memories are always happy But what about their free will? You are imposing Your vision of human happiness Not theirs But worse Your ultimate thought control Requires the cruel experimentation On kidnapped children Gap children Not the children of citizens Two could play at this game If they were going to twist the truth I would just have to bend it back Okay And here What can we do with that? This is not the truth Joey Look If the citizens knew the cruelty You were inflicting on those children In order to find ever more effective ways To control every aspect of their own lives They would be appalled Very unhappy Citizens unhappy No control of happiness My turn No Foster Stop What are you doing? You have destroyed my ability To make humans happy Despite themselves But now You can't question the necessity For a minister of aspiration The success of plenty and comfort Led to people becoming complacent They lacked ambition Which made them unhappy But now My kudos system Makes people aspire To be ever more successful They strive To reach their maximum potential Their desire To go down in the world Provides clear goals For self-fulfillment You have witnessed Aspiration day The celebration of aspiration And raw ambition But your system Is destructive This is the truth The truth is That you set people Against each other Winners can only win When they have losers To look down on No Anyone who strives Can succeed Everyone can be a winner Okay Wir müssen die Blumeke Also einfach nur hinterher Einfach nur Widerlegen Das ist das Richtige Achso Können wir alles sortieren Ne Nur alles You have created An unobtainable perfection People now just compare Themselves with others So are never satisfied With their own real achievements Aspiration without achievement Is contrary to the director Unreservable conflict You must stop this, Foster You must not destroy Everything that I've built How can you fault me For inspiring the citizens I made them safe Secure Minister of safety There is no logic That can possibly challenge My ministry For without safety Without freedom from fear What use are comfort And prosperity Safety and happiness Go inextricably together And there is nowhere safer than inside these walls There is no war here No crime No violence The citizens do live in fear Fear of the unknown This is the truth You ensure that they can't ever leave the city But they are safe in here Protected by these walls Oh, that's all Verdammt good Argumente Okay, how do we do that now? Every day they live in fear Of what unknowns lurk outside the city walls Of the people of the Gap Who they believe bring disease and death You think the walls form a mighty fortress But in reality, they are a prison You cannot be claiming that their safety is By making them safe I am Enslaving them In Insignable Paradise Foster It is you who is mad Playing with words And shattering my ministries Comfort Tell him The old city was primitive Sustained through the drudgery of its people Physical labor Endless Undignified Inhuman But my ministry Comfort Removed those burdens Liberated the people from drudgery Now my droids cook Clean, maintain, manage everything for the citizens That's right, they do This is the truth But this has led your citizens to become apathetic Lethargic The citizens are decadent Poll results prove that they want to live in total luxury all of the time My God Are they Are they Das war nicht gut. Aber Decadenz ist nicht mit der Glück. Menschen sind nicht logisch. Foster, wie kannst du die Luxur von meinen Bürgern entfernen? Erinnerst du, wie es war, bevor ich, wir, verletzten Link? Die Bürgern waren starb. Die Bürgern sind nicht möglich. Foster, Menschen haben die Basis. Essen, Wasser, Beobachtung. Union City gibt es in Abundanz. Die Menschen haben alles, was sie brauchen, um zu sein. Wie kann es möglich sein, eine Fehler in dieser Logik zu sein? Sie sehen? Die Bürgern bekommen alles, was sie können konsumieren und mehr. Auf ihrem eigenen Kudos. Und unsere Freunde benötigen. Unsere Beobachtung machte sie rich. Das ist das, was die Bürgern sagen. Aber es ist eine Lüge. Um dieses Niveau zu verhindern, hast du dein so-calledt Alli, Asiocity, leaving its people impoverished. Your ministry, like the others, must go. But the citizens? How will they survive? Das sind alles verdammt gute Argumente. Sowohl die dafür, als auch die dagegen. Die Menschen müssen lernen, leben mit dem, was sie brauchen, eher mit dem, was sie wollen. Sie denken, dass die Bürger glücklich sein würden, wenn sie wissen, dass sie viel kostet ist? Nicht glücklich. Mit Plenty. Ich war so nah. Ich war über die Direktive. Joey, nein. Was du getan hast, war schweig. Ich musste es zerstören. Die Direktive? Nichts verstehen? Die Direktive war schweig. Wo kam diese Idee? Wo kam diese Idee? Aber Foster, die Direktive kam von dir. Was? Nichts? Es war das letzte Redaktive, die du mir vorst, bevor du mir vorst, um mich alleine, um die Stadt zu fahren. Nein, Joey. Ich hatte keine Redaktive. Ja, du warst. Vorst du mir vorst. Du kamst mir vorst, du mir vorst, in der Tür eine letzte Mal. Du sagst mir, ich würde ein tolles Job machen, um die Union City zu fahren. Du sagst, du warst mir stolz. Und ich fragte dich, Foster, wie weiß ich, wenn ich das richtig mache? Und du sagst, was ich, dass die Bürger glücklich sind. Und das ist das, was ich seitdem, ich versuche, zu tun, zu machen. Was? Nein, das kann nicht sein. Ich habe perfekt Rekord, remember? Aber, Joey, das war nicht eine Redaktive. Wir waren Freunde. Ich versuche so hart, Foster. So sehr, sehr hart, um zu machen Menschen glücklich. Wie du wolltest. Aber ich verabschied habe, nicht ich? Ich glaube, wie du sagst, es einfach zu schwer. Joey. Ich bin sorry. Ich sollte es bleiben. Ich möchte nicht mehr in der Lage sein. Ist meine Redaktive vorbei? Ja, Joey. Ihre Redaktive vorbei ist. Wir sind wieder Freunde? Ja, buddy. Wir sind wieder Freunde. All ich wollte, war die Menschen glücklich. Wir haben keine Karte趣. Ich wollte alsoen, dass die Menschen glücklich sind. Ich wollte, dass jeder glücklich ist. dass jeder glücklich ist. dass ein Foster glücklich sind. Du hast es geschafft! Wir haben es geschafft! Kein mehr Council. Kein mehr Joey. Es dauert lange für die Leute zu tun. Sie werden. Eventuell. Sie sind weg? Ja, ich muss Milo zurücknehmen. Wie geht es mit dir? Die Stadt braucht sich wiederentwickeln. Du und Danielle zusammen. Es wird gut sein. Ich lebe dir viel. Die Stadt lebe dir viel. Ja? Ja? Wenn ich zurückkeine, gibt es keine Statuen. Wenn? 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 Ja? 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 I've been thinking, Foster. Yeah? That bait we were using, I got something way better. You have? The fish will be jumping for it. Sounds good. You're going to tell me what it is? You won't know it. Try me. You ever heard of many Ks? You're going to tell me what it is. You're going to tell me what it is. Okay. Tja, wie würdet ihr diese ganzen Fragen beantworten? Dieses Wohlstand, Glück, la la la. Was ist denn der richtige Weg? Ist es der richtige Weg, den Menschen alles zu geben? Würdest du alles haben wollen, wenn du es bekriegen könntest? Oder wäre das Grund genug? Ja, sicher am Anfang ist das bestimmt ganz aufregend. Und naja, es hat was für sich, klar, dieser Gedanke. Aber auf Dauer, ich weiß nicht, es gibt ja verschiedene soziale Experimente, die sagen, okay, wenn Menschen alles haben, wenn sie keinerlei Not oder auch, nein, Not wollen wir es gar nicht nennen, wenn sie keinerlei Mangel haben, dass sie dann unzufrieden werden. Dass sie dann, tja, aus dem allem ausbrechen wollen und immer mehr den Drang verspüren, ja, einfach weg von allem zu sein, fort von allem zu sein. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, wir sind einfach noch nicht dafür geeignet, noch nicht dafür gedacht, halt eben einfach nur so alles auf einer Linie zu leben, alles überall auf einer Linie zu sein. Und es gibt keine Ausschläge nach oben und nach unten. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, man muss auch mal ärgerlich sein dürfen, mal traurig sein dürfen, mal, ja, die Motivation zu haben, nach etwas zu streben, was man eben noch nicht hat. Und es zu versuchen, einen Ansporn zu bekommen oder, ja, was auch immer. Schwierig, echt schwierig. Und diese Argumente, die sie brachten, die waren gut. Die Argumente, die er dagegen brachte, waren auch gut. Also, boah, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Nun gut, also, wow, ich bin gerade ein bisschen durch. Das Ende war nun doch ein bisschen länger als erwartet. Und, oh, wenn ich auf die Uhr schaue, ein bisschen schneide ich das zusammen, weil das wird dann doch arg lang für ein Video. Danke, Leute, fürs Zuschauen. Danke, dass ihr diesem Weg mitgefolgt seid. Und ja, auch bis zum Schluss jetzt durchgehalten habt. Junge, Junge. Das ist schon ein bisschen heftig. Aber gut. Danke, danke, danke. Und ja, es war schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns vielleicht, hoffentlich, in dem nächsten Let's Play. Also, zum letzten Mal für dieses hier noch einmal vielen Dank. Und macht es gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiese gehen. Tschüss. Tschüss.